Tor. Wolfsburg geht in Führung. Didavi mit einem direkten Freistoß aus 25 Metern. Er legt den Ball über die Mauer ins rechte Torek. Per Aufsetzer fliegt die Kugel ins Netz. Czauner macht sich noch lang, kann den Ball aber nicht erreichen. Daniel Didavi, Stern 21. Februar 1990 in Nürtingen, ist ein deutscher Fußballspieler, der beim VfL Wolfsburg unter Vertrag steht.